Heute ist Donnerstag, der 30. Mai 2024 und damit herzlich willkommen zu jeden Tag ein Ü-Ei. Heute öffnen wir aber kein Ü-Ei, sondern ein Kinder-Joy-Ei, der neuen Harry Potter 2 Quidditch-Kollektion. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Kinder-Joy-Ei des Tages. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Alles Liebe, euer Stefan von unserem Sammlerteam. Macht's gut, ihr Lieben. Bis morgen.